Aaaaaaah 2 Level! 2 Level haben wir nur erreicht mit 2 Sternen Oh Gott, das ist so... Das darf niemand sehen! Niemals darf das einer sehen! Oh Gott! Fürchterlich das... Ich hoffe das wird niemand sehen... Alter, wollt ihr mich? 5198er Gang! Oh Gott! Guck mal, sogar der Rocker ist vor mir! Oder wie auch immer der heißt! Panagiotis ist sogar auch vor mir! Keine Ahnung wer das ist! Komm ich jetzt... Ernsthaft? Ich brauche Sterne! Näh! Ach hör auf! Näh! Ich brauche 70 Sterne! Ich habe 12! Ok, wir fangen das erste Level nochmal an! Nein, ich will nicht... Aaaaaaah Ich will gerne nochmal zurück... Wie komme ich hier zurück genau? Wir müssen das erste Level irgendwie schneller schaffen! Ok, äh... Wiederholen! Nein, das muss besser gehen! Nein, das muss besser gehen! Meine Güte! Meine Güte! Alter! Meine Güte! Maaaaaah! Kühler! Das gibt's doch nicht! Ok, ok... Ähm... Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Auch viel zu lange zum springen! Hm... Yeah! Ja man! Habe ich jetzt einen neuen Stern gekriegt oder nicht? Ich geh mal kurz zum Schiff! Immer noch einen Stern! Das gibt's doch nicht! Was ist denn hier? Was ist denn hier? Äh... Hä? Was ist denn hier mit Rekord? Abgeschlossenen 4,33! Rekord 3,20! Ernsthaft? Bis zum nächsten Stern? Alter! Ok, das war nicht gut! Das war auch nicht gut! Das war kacke! Alter! 56 Sekunden! 56 Tausendstel! Das war nicht wahr! 51 Tausendstel! Oh Gott! Nein! 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 Das dauert zu lange! Das dauert zu lange! Ich habe erst gedacht, vielleicht hier die beiden und dann den und dann oben den, aber das dauert glaube ich zu lange, kann das sein! Ja, das dauert zu lange! Oh Gott! Das werde ich niemals nicht schaffen! So gut bin ich nicht! Ich muss mich damit zufrieden gehen, glaube ich! Ich werde, glaube ich, hier niemals weiterkommen! Ich weiß auch gar nicht, ob ich davon jetzt noch ein weiteres Let's Playland mache! Nur weitere Folgen? Weil ich würde schon gerne weiterkommen, aber was bringt mir das, wenn ich das hier nicht schaffe? Das ist doch nicht wahr, das ist doch viel zu schwer! Das ist doch kackenschwer! Das ist doch schwerer wie Dark Souls oder so! Alter, ernsthaft? Ich schaffe das unter 51 Sekunden nicht! Das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht so schwer sein! Jeder andere kann das auch! Ja! Ach, hör auf! Immer noch 12 Sterne! Na! Na! Die Idee war gar nicht immer so schlecht! Ah! Nein! Nein! Alter! Das gibt's doch nicht! Okay! Ah! Meine Güte! Mann! Man will immer mehr! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht möglich! Alter! Ernsthaft! Das ist doch nicht wahr! Mann! Ich schaff das nicht! Und wieso bimmeln meine Handy die ganze Zeit! Es soll auch wenn zu bimmeln! Mann! Das ist doch nicht wahr! Ich bin am schwitzen! Ich hab noch nie so geschwitzt bei einem Videospiel, muss man sagen! Ehrlich! Das ist so! Oh! Jetzt geht mir das auf den Nerven! So! Entschuldigt bitte! Ich musste mal kurz! Ich musste mal kurz! Äh! Ich musste mal kurz das Handy muten! So! Ähm! Bitte wiederholen! Das muss doch irgendwie gehen! Das ist doch nicht wahr! Ja! Zwei Sterne! Wie viel brauchen wir? 16? Alter! Schau wie ich nie im Leben! Was soll denn hier noch? Wie schnell dort noch gehen? Alter! Ernsthaft! Das soll mal! Ja! Alter! Ernsthaft! Das soll mal! Ja! Ja! Sieht besser aus! Aber... Reicht nicht! Mann! Oh! Zwei Sekunden! Mann! Boah! Zwei Sekunden! Mann! Alter! Mann! Mann! Das gibt's doch nicht! Ich verwechsel das! Das gibt's doch nicht! Das soll nicht wahr! Ich war grad schon ganz nah dran! Aber irgendwie... auch wieder nicht! Bei mir lassen die Kräfte grad nachdenkern! Nein! Nein! Hm! Alter! Nein! Nein! Alter! Das gibt's doch nicht! Zwei! Nullnullzwei! Das ist doch nicht wahr! Nein! Das war doch so lange! Oh! 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 Alter! Alter! Boah! Nee! Ich... 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 Verliere die Orientierung grade total! Nee! 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 Ich mach da nächste Level mal gucken! Vielleicht kriegt das ja wieder auf zwei Sterne! was geht vielleicht auch nicht so was ist, ter zuzy! Ja! Nee! 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 Neuer Rekord, zwei Sterne. Ja, reicht mir. Nächster Level. Ähm... So. Oh Gott. Äh... Oh Gott. Alter. Versuch der mal besser zu werden, ne? Jawohl. Mir reichen zwei Sterne, solange wir weiterkommen. Reicht mir das. Ah, ich hab kein Ding mehr. Oh Gott. Reicht das? Nein, reicht nicht. War klar. Nein, reicht nicht. Oh. Und? Yeah. Ich mach einfach so lange weiter, bis ich zwei Sterne abfülle. Nein. Reicht nicht. Nein, definitiv nicht. War klar. Oh. Okay. Reicht das? Yeah, 16 Sterne. Wuhu. Zurück zum Schiff. Oh, war's das schon? Da war noch mehr Level. Da waren noch nicht alle. Ach so. 16 brauchen wir. Wie war das, Ninja? Weinst du schon? Oh, tut mir leid, dass meine Herausforderungen zu hart für dich sind. Ich dachte, du wärst der schnellste Ninja, der alles kann. Wie peinlich, wie peinlich für dich. Das muss dir wirklich peinlich sein. Keine geisterstreiche Retrugutsche. Keine geistrige Retrugutsche. Seltsam, ich hatte wieder Worte erwartet. Ich habe sogar ein paar echte, fiese Antworten vorbereitet. Du solltest sowas sagen wie... Ich kann nicht schlagen, Käpt'n Robert. Und dann ich so... Nein. Ich schlage dich buchstäblich. Ähm... Äh... Ähm... Ja. Ähm... Na gut. Vielleicht etwas zu hart. Ich bin... Selbstsicher genug, das zuzugeben. Immer ein Fahrt des Gefechts funktioniert, es bestimmt. Aber dafür musst du erstmal aggressiver werden. Und das wirst du ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Und nicht nur, dass du... Oh, Dick. Juhu. Ähm... Oh mein Gott, wie ist das? Oh! Moin! Ich meine, äh... 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 Dick Kippen will wahrscheinlich nicht, dass ich mit dir rede. Hm... Puh. Das... Macht doch keinen Spaß. Ich bin... Gott. Freue mich sehr. Ich bin... Ninja 10X. Ich bin hierfür entspannt und zuständig. Man sollte sich ja immer um Anfixung kümmern. Ich würde dir gerne zeigen, was ich meine. Aber wir haben schon was halt. Es gibt aber einen Notfallgenerator. Macht dir also keinen Kopf. Hm... Sorgen sollten wir uns machen, wenn die Maschine ausfallen. Es wäre allerdings hilfreich, wenn du... Binge... ...die ein Besucher abstattest. Er arbeitet im Generatorraum. Er bringt dir den Strom... Er bringt den Strom mit Abteilung. Ich bin ausgesperrt, bis er wieder läuft. Komm vorbei, wenn der Generator anspringt. Ich kann dir ein paar nützliche Tricks verraten. Aber... Verrat's nicht. Raubart. Hihihi. Äh... Ah, okay, cool. Äh, huch. Generatorraum. Raubart Spielhalle. LOL. Kann ich hier runterspringen? Juhu. Äh... Äh...